Hey, super! Okay, it's Marte! Und ein paar Grüne zu eröffnen! Und ein paar Grüne zu eröffnen! Und ein paar Grüne zu eröffnen! Auf geht's, Bartek! Ja! Ja! Warte, warte, Sie in warte, Sie warte! Bartek ośrodka podcięcia! Ja! Jezu! Warte! Geht! Wo bejdees, już Auf geht's weiter, Leute! Ja! Ja! Zieh weiter, zieh weiter! Zieh weiter! Zieh! Zieh! Auf geht's weiter! Ja! Ja! Nach hinten, nach hinten, nach hinten! Nach hinten, nach hinten, nach hinten! Jetzt können Sie jetzt nicht einmal nach, ein Kilo kommen. Freikur, Spürer, Serti, Kosenko. Zieh! Ja! Super! Super! Ich denke, das Kilo kommt von Geiger gegen Sebastian Meier aus. Zieh weiter! Jawohl! Wasari mindestens! Osaikomi! Nicht hinterherlaufen. Gut Treeder! Ich bin noch überhaupt nicht warm gemacht, wenn ich den zweiten Kampf kämpfe, hier an- und aufhören. Jetzt ist es an, rote Lampe. Jetzt ist es an, rote Lampe, rote Lampe, rote Lampe, rote Lampe. Jetzt ist es an, rote Lampe, rote Lampe. Rote Lampe, rote Lampe, rote Lampe, rote Lampe. Ich drehe deine Schultern zurück. Ich kann die Blume jetzt noch schnappen. Schnapp! Du doch, du kriegst die Geräte, geh frei! Einmal, einmal, einmal! Sieg immer noch zwei, eine, eine, eine. Sieg immer noch zwei, eine, eine. Die Einführung von unsichtbaren Kampfrichtern. Ja, die enriched-geräte. Jungen, sieg immer noch zwei, eine, eine. Jungen, sieg immer noch zwei, eine, eine, eine. Die Begegnung S-Verbindenden gegen J.V. Wanderich-Stupka endete 3 zu 4 für die J.V. Wanderich-Stupka und Bewertung 30 zu 40.